Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Mit mir Robin und Kayo. Und Kayo, ja. Darf ich nicht vergessen. Ich hab schon mal ein bisschen, ich sag immer, ich muss ehrlich sagen, weil die halt echt so tough sind, hab ich mal einmal getestet, ob man die wirklich auch besiegen kann. Ich hab's einmal geschafft, die zu quälen, also, weil sie ja die beiden erschaffen hat, so kann ich's mir nur erklären, weil als ich sie umgenockt habe, sind die anderen beiden umgefallen. Sorry, da ist jetzt vielleicht auch Spoiler oder sowas, und das ist vielleicht irgendwie ein bisschen zerstört, aber die waren halt echt sauschwierig. Ich hab mehrfach versucht, die Platz zu machen, und es war wirklich so, dass in einem Instant mein Leben einfach weg war. Deswegen fackel ich da nicht groß und kümmere mich jetzt nur um sie. Also heißt, es sind auch einige meiner Tränke draufgegangen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt besser hinkriege, aber ich geb mein Bestes. So, dann hab ich aber direkt noch das benutzt und das benutzt. Ich nehme am besten schon mal unerwittliche Macht, aber das hab ich noch benutzt. Guck da, mein Leben ist jetzt schon wieder fast weg. Höchste Austausch, mal voll machen, als hier vollpumpen. Wo ist? Wo sind diese ganzen kleinen Tränke hin? Bin ich ja blind. Aber sie ist mir verstellt irgendwie. Ach, verdammt. Name. So. Kleiner Trank da. Vielleicht hab ich auf Discer gedrückt und dann hat es irgendwie auf Gestohlen gemacht. Okay. Äh. Mit mir legt man sich nicht an. Das ist halt doof. Warte. Direkt das nächste. Frostgift. Äh, Frostbissen wir nicht. Scheiße. Noch ein. So, jetzt müssen wir auf sie zurennen. Am besten schon mit unerwittlicher Macht ausgerüstet. Zack. Ein. Dem und dem. Während ich hier stehe. Wie viel Leben hab ich jetzt gerade? Aktuell hab ich gerade so viel Leben. Beide euch im Auge. Sorry, dass ich gerade nichts auf die Kamera gucke, aber ich muss mich vorbereiten. Ähm. Dann machen wir nochmal. Hier, die hab ich auch benutzt. Vielleicht soll ich die auch wieder benutzen. Ähm. Blocken brauch ich gerade nicht. Ich brauch gerade des Ritters wegen schwerer Rüstung. Ich brauch gerade Kriegers. Der Einhandwaffe. Und Berserker, wenn... Ne, das sind ja für zwei Hände. Nicht für, wenn ich zwei Waffen benutze. Ähm. Ich brauche... Ich brauche... Mit der Herstellung, Verstärkung... Machen wir mal so. Ähm. Machen wir zusätzlich noch ein... Ne, mit der Herstellungssorber... Habe ich noch irgendwie so ein Regenerations-Ding ins? Ähm. Ähm. Warte, 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 warte. Ne, erhöht bitte, ne? Erhöht. Ja, machen wir mal den, weil der macht doch das viel höher. Äh, anfällig für Magie. Oh, mein Leben. Jetzt schon wieder, jetzt schon wieder mein Leben weg. Ich weiß nicht, von was es kommt. Ähm. Jetzt sehe ich mein Bild gerade nicht, weil da gerade unten, oder? Upsa. So. Da war gerade eine Anzeige. Von irgendeinem Spiel, von Steam. Warte. Bin dabei. Brauch noch Ausdauer. Wie sieht gesund aus? Sie geht schon wieder runter. Warum auch immer. Geschafft. Okay. Puh. Okay. Also die wahrhafte... Fjörrrr. Irgendwer. Waffen-Crew. Die extra Flos-Dimage. Okay. Schicke Stiefel. Danke, dass ihr uns von ihrem Zauber befreit habt. Nun können wir erneut in Frieden ruhen. Kommt, Fiori, mein Scherz. Nehmt dies mit unserem Dank. Oh mein Gott, das ist... Das heißt nicht nur Geisterklinge, es hat echt sogar diese Geistertextur. Also es ist aus der Geisterwelt, die Klinge. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Äh, ne. De-de-de-de-de-de-de-de Geisterklinge. Voll geil. Ich frage... Was denkt ihr, was man für Material braucht, um das zu verbessern? Hectoplasma. Upsa. Okay, also wir haben... Hier liegt schon mal... Was ist denn? Ja, der legst du los. So. Das ist ein Bug anscheinend. So ein Grafikfehler, Glitch, whatever. Wo sind die andere eigentlich? Also, das ist ja der eine. Da liegt die, die haben wir schon ja ausgenommen. Oder sind das beide zusammen? Nö. Skelett. Skelett. Achso, das ist die. Na gut. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, ich bin so froh, dass auf jeden Fall wir das gerade geschafft haben. Weil ich dachte erst, so in der letzten Folge kriegen wir nicht hin. Aber na gut. Frostbiss. Okay. Ja, auf jeden Fall müssen wir dann direkt mal los und verkaufen gehen. Ups, sorry. Okay. 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 Das nehme ich mit. Als Andenken, beziehungsweise Schlusswort, sag ich jetzt mal, für diese Quest. Denn im Prinzip war, ich weiß gar nicht mehr, wie die TUS überhaupt hieß, gegen die wir gekämpft haben. Sie war so von Trauer und Hass zerfressen, dass sie vergessen hat anscheinend. Oder vielleicht weiß sie es auch gar nicht, weiß es natürlich jetzt auch nicht. Weil da so gut sind wir jetzt natürlich auch nicht informiert, ihr gegenüber. Dass sie so krass von Hass und Trauer zerfressen war, dass sie selbst vergessen, dass ihr Ehemann eigentlich gestorben ist, für was Gutes, weil er das Kaiserreich liebte. Naja. Jetzt ist sie halt wieder bei ihm. Wo bin ich? Okay. 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 Wieso ist... Achso, die haben uns gegenseitig gekriegt. Aber irgendwie sind beide gestorben. Aus der Bahn. Ach, die habe ich erledigt wahrscheinlich. Irgendwann. Vielleicht. Irgendwie. Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Also zugleich Himmelsrand. Das ist mir schon klar. Aber wo war das? War das im Norden? Und weswegen sind wir nochmal reingegangen? Das ist zum Beispiel so eine Sache, das habe ich komplett vergessen. Das ist halt, wie gesagt, schon ewig her. Ich finde es immer so schön, wenn ich immer direkt wieder mal rauskomme und denke, jetzt ist alles, der ganze Sprung vorbei und dann werde ich gleich wieder neu begrüßt. Erstmal gucken. Wieso waren wir da drin? Langsam, langsam wird es mir wieder klar. Sorry, falls ich jetzt hier für mich gerade... Für mich ist es hier gerade einfach nur wieder aufrollen, in meiner Erinnerung. Wir waren da unten in so einem Steinbach, bla, haben dann irgendwas erledigt, aber was aber recht schnell fertig war, deswegen wird dann... Ist jetzt weg. Schnell hier rein. Hier sind wir, glaube ich, am sichersten. Ich denke, auch gelootet habe ich hier alles, oder? Gut, sag mal, suchst du nach mir, kann das sein? Willst du eventuell auf die Fresse? Hallo, hallo, hey, du da, hey. Glaubst du? Hallo, 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 hallo. Nerv ich euch damit? Ach Gott, hallo. Jetzt, wo ich mich so offen hinstelle, will er nicht mehr kommen. Finde ich frech. Dann gehe ich jetzt auch. Und zwar nach Drachenfeste. Wieso? Bücher verkaufen. Also zumindest halt die ganzen Zaubersprüche, die wir nicht mehr brauchen. Okay. Ich wollte, dass wir nochmal Autowork, genau. Wenn ihr mit den Schlössern hier herum spielt. Ja, ja, ich bin kein Dieb. Ähm. So, Faranga. Ich will überhaupt Dicks von den Typen, von den Jungen hören. Sonst haue ich nicht. Was ist jetzt schon wieder los? Ataxie, Schlossknacken, Liebstahl. Okay. Ist nicht so schlimm. Ich bin eh schlecht. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. So, da, dann, was wegkommt, ist, das lese ich auf jeden Fall. Das ziehe ich mir rein und der Rest kommt alles weg. Äh, also kommt, kommt nicht rein. Vergesst nie, dass euer Verstand eure schärfste Wache ist. In letzter Zeit hat... Hm. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Wir haben ja jetzt schon wieder 17.000 Gold. Krass einfach nur. Egal. Hier. Ich dachte erst, als ich halt die Geschichte von Fiori oder so gehört habe, dachte ich erst, das hat irgendwas mit der zu tun, weil ich habe irgendwie dann den Namen im Kopf gehabt. Ich bin doof. Ach, komm schon. Kann ich irgendwie gegen kaufen? Bitte, mein Herr. Ja. Haben Sie irgendwas im Angebot, wo ich sagen würde, ja, das nehme ich. Aha. Aha. Interessant. Ich nehme mal das da und das da. Was habe ich jetzt schon wieder gekauft? Oh Mann. Egal. Wir verkaufen erstmal unseren Shit. Alles klar? Alles klar. Wir verkaufen... Hier bestimmt nichts, oder? Hier ist alles nur Seelensteine. Äh, hier die beiden. Chaos und das. Dann verkaufen wir Schießkunst nicht. Ausdauer behalten. Wir schleichen. Gucken wir mal. Überragende Führung. Einhandwerfen verursachen. Okay, das behalten auf jeden Fall. Die drei Sachen kommen weg. Äh, das behalte ich, weil wir das brauchen zum Schmieden. Schleichen kann nicht mehr weg, weil Sachen. Ist so. Dann nehmen wir nochmal ein, zwei, wechseln dann auf meinen Charakter. Dann gehen wir hier hin und machen Schleichen. Bumm. Zack. Weg. Auf Wiedersehen. Genau, auf Wiedersehen. Und, nein, noch nicht auf Wiedersehen. Ich will euch nicht loswerden. Wer hat das gesagt? Ja? Du da hinten. Auf ihn, schnapp. auf Diener. So. Was ist noch an der Ecke da hinten? Plump, plump. Hallo? Lachs, Lachs, Lachs. What? Leute, hier liegt ein Toter unter dem, unter der Brücke. Nein, keiner? Ah, okay. Ich glaube, das sollte so ein, kein Easter Egg an sich sein, nicht da, sondern einfach nur so, so gaghaft, so, dass halt, so an so einer offensichtlichen Stelle einfach ein Toter. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das war's dann wohl. Ich muss los. So. Ach, war das wegen eine Energiequelle? da war keine Energiequelle. Oder war da nicht? Ne, war keine. Ich finde die Energiequelle in Bollwerk von, wie kostet das Bollwerk? Zumindest in Rocket League. Äh, Bollwerk von, Boll, 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 Bollwerk von Wimmerwind. Hier, hast du deinen Scheiß wieder? Nein, warte. Nein, warte. Nein, warte. Nein, warte. Nee, warte. Nein, tut mir leid. Nichts. So. Und plumps. Zukunft. Hm. Nein, wollte ich nicht. Ähm, ich will mal kurz gucken, nämlich was die Geisterklinge braucht, um zu verbessern, weil mit 24 Schaden können wir leider nichts machen. aber auch ein langweiliger Dienst auch für eine Wache. Wenn zumindest ein Graf... Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ich wusste es. Dreimal Ektoplasma. Dann können wir daraus wenigstens 32 rausholen. Was man unterschwert, ist schon bei 44. Also es ist... Aber es kann wenigstens Rüstung halt quasi, ähm, ignorieren. Was es natürlich auch wieder ein bisschen attraktiver macht. Nee, dich will ich gar nicht sehen. Es geht nur um mich immer. Nur um mich. Oh, das ist meins. Das ist meins. Das behalte ich alles? Bitteschön. Bitteschüss. Bitteschüss. Bitteschön. Ähm. Oh, die wollte ich weg. Und... Nee, die kann ich behalten. Erstmal. So, dann haben wir da alles raus. Da alles raus. Und hier habe ich eigentlich nur... Öl. Yeah. Redekons verbessert. Vergesst nicht auf drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Gut. Schau ich mal. Ein andermal. Haussehblick. Unser gedrohtes Heim. Oh, wir gucken mal bei unserer kleinen Tochter vorbei. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Weil immer, wenn man vorbeikommt, dann ist irgendwas. Ihr seid wieder zu Hause. Hey, ich habe hier was für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Oh. Du bist ein braves Kind. Papa. Äh. Aber ich möchte nicht. Weißt du, war gerade schon im Begriff quasi zur Tür zu gehen. Gerade wie Lydia. Ja, Papa. Geht doch. Ich muss mir gerade so dieses Szenario vorstellen, wenn ihr gerade so ein... So ein Riesen hier spawnt. Und dann hier alles... Verwüstet. Und die so... Ich will aber noch nicht rein. Okay, dann gehe ich halt. Dann kommt die gerade so... Pfff. Schön. Wie sieht es aus hier mit den Sachen? Kann man mal... Uh, Trollkirchen. K-Kirchen. Nein, nix tun. Ach nein, ich doch. Egal. Wir packen hier nämlich jetzt hier die rein. So. Wir machen uns jetzt ganz einfach die Quest. Wir packen hier... Aber das hat auch Todes... Oder? Waren es nicht? Doch. Ich wusste es. Machen wir gleich zweimal, damit wir gleich immer jedes Mal zweimal von den Dingern bekommen. Wir können eigentlich alles voll machen. Dann sind wir schneller fertig mit der Quest. Mh, 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 mh. Mh, mh. So. Gartenarbeit muss auch sein. Okay. Nur weil es nicht in den Abenteuern vorkommt, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Die legendäre Gartenarbeiter. So, komm. Und... Tolle Kirschen. So. Oh, hängt da noch was dran? Nö. Nochmal. Okay, der soll genau auf, ey. Finde ich gut. Und zack. 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 So, jetzt haben wir zwar nichts mehr, aber dann haben wir später dann eine Stelle, wo wir halt direkt dann... Oh, eins ist sogar übrig geblieben. Was können wir denn da rein machen? Was fehlt denn ihr noch? Ach, die brauchten noch Nieren-Bots, ne? Aber das kann man halt nicht finden. Äh, kann man nicht anbauen. Braucht man sonst irgendwas cooles hier so? Habe ich irgendwas, wo ich noch nicht mal gekostet habe, weil ich nicht das so oft hatte? Komm, wir bauen das an. So. Jetzt haben wir alles angebaut. Jetzt können wir nochmal reingehen. Können auch mal eine Runde schlafen und unser Charakter sich besser fühlt. Ich weiß noch, wir können uns segnen, aber ich habe noch keinen Segen-Dingens unten stehen. Scheiße. So, du siehst du nicht ins Bett? Ach, egal. Mir ist auch eine Ehre, mich wiederzusehen. So, langsam. So. Was wollte ich? Ich wollte hier ein Schrein. Ah, okay. Die Bella steht schon, aber ich will Talos. Was war das denn da? Ne, das war das Amboss-Dingens. Da. Ich brauche noch einen Stahl und zwei Goldbarren. Ein Stahl, zwei Gold. Und was brauche ich für Talos? Talos habe ich kein Amulett mehr gerade, warum auch immer. Naja. Oder habe ich es weggepackt? Ich weiß gar nicht mehr. Aber hatten wir nicht eine Quest-Reihe, wo wir extra noch dieses Talos-Amulett hatten? Weg ist das. Aber wir können wenigstens schon mal das andere machen. Dafür brauchen wir die Ingredienzien. Einmal Stahl. Stahl. Und einmal Gold. So, wir gehen wieder runter. Lassen uns segnen. Gehen schlafen. Dann war es das. Glaube ich. Warte. Hier. Yes, please. Okay, das wird jetzt hier aufgebaut. Ach, kann ich echt alle machen? Ich dachte, ey, ernsthaft, dass hier nur so vier Stück drauf kommen, die halt man sich selber auswählt. Hat es was gebracht? Jawohl, wir sind ein guter. So. Jetzt nächstes zu Dingensen. Ach, ist leer. Na gut. Atme nach oben. Schlafen. Ja, vielleicht noch alles erstmal raus tun aus der Tasche. Wir haben cleversten. Und jetzt. Komm schon. Jawohl. Schön. Ja. Der Teller hängt immer noch da so. Und es fällt nicht auf, wenn man jetzt so steht, dann denkt man so, ja, das ist einfach nur der Boden von dem Becken da. Denkst du. Die denken sich nur so, Kinder, man. Kinder. Gut, dann gehen wir mal in unserem Bettchen schlafen. Ist ja auch schon spät. Okay, geht eigentlich. Boah, sogar fast dieselbe Zeit, ey. Wir haben uns hier gerade, aktuell haben wir hier 8.11 Uhr. Also geht voll klar. Also jetzt gehen wir erstmal schön 12 Stunden schlafen. Und dann ist es schön 8 Uhr morgens. Ah, der frühe Vogel fängt immer rum, Leute. Der frühe Vogel. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und fürs Dabeisein und alles andere. Ihr wisst es doch. Ja. Oh, sieht das geil aus. Bis dann. Ciao.